Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch von sehr effektiven Tropfen erzählen. Sie bestehen aus sechs verschiedenen ätherischen Ölen und haben mir bei einer Blasenentzündung bestens geholfen. Die Öle sind Kascheput, Kiefer, Lavendel, Nelke, Niauli und Wacholder. Und sie werden zu gleichen Teilen in eine Flasche gefüllt und man nimmt ein- bis zweimal täglich zwei bis fünf Tropfen. Die Wirkungsweise der einzelnen Tropfen sind folgende. Kascheput, innere Anwendung, antiseptisch, krampflösend, schmerzlindernd, fiebersenkend, blutstillend. Bei Darm- und Blasenentzündungen, Bronchitis, Tuberkulose, Mund- und Halsentzündungen, Magenkrämpfen, Asthma, Menstruationsbeschwerden, Rheuma, Gicht, Epilepsie, Harnwegsinfektionen. Die Wirkungsweise von Kiefer, innere Anwendung, antiseptisch, auswurffördernd, antirheumatisch, durchblutungsfördernd, hustenlindernd, stimulierend, bei Lungenentzündungen, Erkältungen, Husten, Bronchialkatar, Asthma, Rheuma, Harnwegsinfektionen. Lavendel, innere Anwendung, antiseptisch, krampflösend, schmerzstillend, galleflussfördernd, entgiftend, harntreibend, schweißtreibend, blutdrucksenkend, herzstärkend, verdauungsfördernd, magensaftanregend, wurmtreibend, menstruationsfördernd, bei Nervosität, Schlaflosigkeit, Schwindelgefühl, Erkältung, Melancholie, Atemwegserkrankungen, Harnverhalten, Rheuma, Magen- und Darmschwäche, Migräne, Typhus, Blasenentzündung, Darmparasiten und Bluthochdruck. Bei der Nelke sind die psychischen Wirkungen. Nelkenöl erleichtert das Loslassen von alter Belastung und macht für neue Erfahrungen und Eindrücke empfänglich. Es vermittelt ganz stark die Erkenntnis, dass hier auf Erden alles, was entsteht, auch wieder vergehen muss. Und es lässt die Möglichkeit entstehen, diese Wahrheit auch zu leben. Niauli, innere Anwendung, antiseptisch, schmerzstillend, anregend, zellwachstum anregend, kreislaufanregend, blutstillend, auswurffördernd, bei Atemwegsentzündungen, Erkältungen, Darminfektionen, Rheuma, Schnupfen, Bronchitis. Und das sechste Öl, Wacholder, innere Anwendung, belebend, anregend, Harnsäure lösen, antiseptisch, magenstärkend, blutreinigend, schlaffördernd, wassertreibend, menstruationsfördernd, durchblutungsfördernd, blutdrucksteigernd, appetitanregend, entgiften. Bei Rheuma, Arthritis, Blasenentzündung, Harnsteinen, Erkältungskrankheit, Atemwegsbeschwerden, Hämorrhoiden, Diabetes, Arterienverkalkung, Darminfektionen, Menstruationsbeschwerden, Nierensteinen und Leberentzündung. Ihr seht, diese Tropfen sind vielseitig einsetzbar. Sie sind ein einfaches Hausmittel mit großer Wirkung. Viel Erfolg damit und alles Gute! Viel Erfolg damit und alles Gute!